Musik Einen wunderschönen guten Tag, es geht nun tatsächlich weiter mit Tag 13, mit Lektion 13. Ich weiß nicht, wie ich mich entschuldigen soll, das dauert bei mir Ewigkeiten lange. Das hat aber damals zu tun, dass ich verdammt viel arbeite und auch noch studiere und Familie habe etc. Also es geht weiter mit Lektion 13. Bevor ich loslege, möchte ich doch hier etwas zeigen. Da war ja Langscheid so nett und hat mir hier jetzt ein neues Paket geschickt. Ist das Schleichwerbung? Naja, wir machen ja letztendlich, haben ja die Erlaubnis, das Langscheid Buch zu verwenden. Und da haben sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie ein neues Buch haben. Das mache ich mal auf. Und zwar ist es genau gleich, also ist es kompatibel mit allen Lektionen, die wir bislang gemacht haben. Nur wurden hier ein paar Fehler behoben, was ja auch ganz positiv ist. Und wenn ich mal reinschaue, da hat die Autorin Katrin Vietz und das Team ja ein paar Zeichen korrigiert. Also nichts, was uns jetzt hier großartig durcheinander bringt, ist es nur besser geworden. Aber hier steht folgendes, also kostenloser Download Ihres Bonusmaterials. Ich glaube, das stand im alten Buch nicht drin. Gehen Sie auf die Seite www.langscheid.com, Querschicht Bonusmaterial. Und dann hat man einen Code, den ich jetzt hier natürlich nicht erwähne. Aber jeder hat in seinem Buch einen Code. Und da kann man also diesen eingeben und ihn aktivieren. Und dann kann man folgendes downloaden. Das habt ihr euch ja gewünscht. Und zwar ein Audio-Wortschatz-Trainer. Also ihr könnt tatsächlich jetzt eure Vokabeln hier downloaden und trainieren. Die Dialoge werden auch gedownloadet zum Trainieren. Und Hör- und Sprechtraining. Das war das kleine Heftle. Das ist jetzt hier nicht mehr drin. Das ist vielleicht hier hinten drin. Ah ja, das ist hier hinten. Ist jetzt das Hör- und Sprechtraining. Und das ist jetzt hier ab Seite... Also hier ist es auf Seite 227. Und da kann man nochmal hören und trainieren und hier so ein paar Lösungen reinschreiben, etc. Ich glaube, im alten System war das ein getrenntes Heftelein. Aber ansonsten ist alles identisch. Und wir werden also heute mit Lektion 13 beginnen. Ich habe hier noch das PDF, was man mir geschickt hatte von dem alten System. Das ist seit 181 bis 189. Und ich sehe hier tatsächlich hier Lektion 13 auch auf Seite 181. Also von dem her ist alles beim alten geblieben. Nur mit ein paar Verbesserungen. So, so viel dazu. Nach wie vor bin ich sehr begeistert von arabischem System. Oder von dem System überhaupt. Ich habe auch hiermit Russisch gelernt und lerne jetzt damit auch Schwedisch. Also sehr zufrieden mit diesem System. Das ist jetzt nicht... Ich werde dafür nicht bezahlt, das zu sagen. Bitte. Ich bin einfach davon überzeugt, dass es gut ist. Und alleine, dass wir das auch nutzen dürfen, das ist ja echt toll. So, hier Langscheid, Arrange und System. Das ist praktische Lehrbuch von Katrin Vietz. Also danke nochmal Katrin Vietz. Das ist ganz, ganz toll, dass wir das hier machen dürfen. Und jetzt gehe ich zu Lektion 13. Ja, ich wähle mal hier eine knallige Farbe. Und ich sehe, mein Stift ist ganz dünn. Muss ich mal ein bisschen dicker machen. So, mache ich mal so. Und nehmen wir hierfür... Ja, welche Farbe? Neh, war so eine... Vielleicht eine knallrote Farbe. Na, Rot nervt. Na, ich bleibe mal bei Rot. Mal schauen. Ja, das könnt ihr hoffentlich gut sehen. So. Dersu Thalith Ashr. Die 13. Lektion. Es gibt ja bei jeder Lektion so ein Cover. In diesem Fall haben wir eine Istemara. Istemara ist ein Formular. Und Istemara kommt von Istamara. Istamara. Istamara bedeutet, etwas wurde fortgeführt. Und eine Istemara ist in dem Sinne abgeleitet von etwas oder ein Papier, was dazu führt, dass etwas fortgeführt wird, also bei den Ämtern. Zum Beispiel Istemaret Visa. Das heißt, das ist Fortführung der Visa. In dem Sinne ein Formular zur Fortführung der Visa. Ja, etc. Und daraus wurde das Wort dann Formular Istemara, also im arabischen Sinne. So. Lesen wir mal, was auf diesem Formular steht. Talab. Talab heißt der Wunsch oder Bestellung. Ich versuche das mal größer zu machen. Vergrößern. So. Und vielleicht können wir noch ein kleines bisschen größer machen. Ja, jetzt ist das doch sehr groß. Zu groß ist dann auch nicht. Uh, das war jetzt zu groß. Ui. 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 Das ist jetzt erheblich zu groß. So. Noch ein bisschen. Noch einen. So. So. Jetzt bleibt das so. So. Also, das erste, da steht hier, also Istemara hatten wir gerade. Hier steht Talab. Talab. Ta-la-ba. Ta-la-ba. Er hat bestellt. Und Talab heißt die Bestellung. Ja. Irgendwie funktioniert heute gar nichts. Ratzefummel will nicht. Stift so. Talab heißt also Bestellung oder Wunsch oder Anfrage. Talab heißt Streckung. Gemeint ist Verlängerung. Al-iqama. Die Residenz. Also eine Bestellung zur Streckung der Residenz. Gemeint ist natürlich ein Formular, um halt das Visum zu, oder die Aufenthalte zu verlängern. Hier die Übersetzung. Antrag auf Aufenthaltsverlängerung. Ja. Richtig wäre Antrag auf Verlängerung des Aufenthalts. Weil Aufenthalt ist hier als letztes Wort und Verlängerung ist hier das zweite Wort. Ja. So. Was das zweite Wort heißt, Chitem. Chitem bedeutet Stempel. Chitmul-Ussul. Ja. Al-Ussul alleine und Chitmu alleine. Zusammen Chitmul-Ussul in der Aussprache. Man sagt nicht Chitmu al-Ussul. Das hört sich an, als ob du noch nie Arabisch gesprochen hast. Sondern du bindest die zusammen und sagst Chitmul-Ussul. Kennen wir. Französisch. Wou-sa-weh. Wir sagen nicht Wou-a-weh, sondern Wou-sa-weh. Und ähnlich so im Arabischen Chitmul-Ussul. Aber es sind eigentlich zwei Worte Chitem und Al-Ussul. Zusammen Chitmul-Ussul. Al-Ussul heißt die Ankunft. Und Chitem heißt Stempel. Chitmul-Ussul gemeint ist wahrscheinlich nicht, wann du angekommen bist in Deutschland oder China oder Ägypten oder was auch immer. Sondern wann diese Formular angekommen ist. Ja. Da hier dieser Kreisel wird dann hier drauf. Hier. Dann kommt hier so ein Stempel. Da steht dann hier so irgendetwas drauf. Und da hier kommt vielleicht so ein Passbild dann rein. Okay. Chitmul-Ussul. Das ist natürlich jetzt nicht identisch mit irgendeinem tatsächlich existierenden Formular. Aber so in etwa sieht es dann aus. Sura-Shachsiyah. Sura heißt ein Bild. Shachsiyah heißt persönlich. Ein persönliches Bild gemeint ist natürlich ein Passbild. Ja. Jetzt steht hier Al-Issum. Al-Issum wissen wir ist der Name. Also schreibe ich jetzt hier zum Beispiel Hassan. Ich glaube, ich brauche eine neue Spitze für diesen Stift. Der ist nicht mehr so schick. Hassan. Habe ich hier welche Spitzen? Mann, oh Mann. Okay. Al-Issum. Und der Name des Vaters. Dann schreibt man hier den Namen des Vaters. In der Regel allerdings versteht man unter Name im Arabischen nicht den Familiennamen. Da müsste ich also hier Marwan schreiben. Natürlich ist das jetzt Quatsch. Ich schreibe das in Arabisch. Marwan. Vielleicht ist das doch ein bisschen zu fett. Hallo? So. Ja. Marwan. Und dann der Vatername. Da müsste ich dann meinen Vaternamen schreiben. Also Mohammed. Und dann der Opa-Name etc. Je nachdem. So zum Beispiel hat man in Ägypten vor ein paar Jahren die Namen von Dreier auf Fünfername geändert. Das ist ein Riesenchaos, das zu ändern in einem Pass oder einem Ausweis. So. Tarihul Milad. Hier wieder. Tarih heißt Datum. Al-Milad heißt Geburtstag. Zusammen heißt es Tarihul Milad. Also Datum des Geburtstags. Klar. Zick, zick, zick. Jetzt haben wir jetzt Makanul Milad. Denkt daran Makanul. Nicht Makan al-Milad. Genauso wie wir es hier hatten. Khitmul Wusul. Tarihul Milad. Makanul Milad. Makan heißt Platz. Makan heißt Platz. Und Al-Milad heißt Geburt. Also Geburtsort. Al-Mihna. Al-Mihna. Bedeutet der Beruf. Ja. Al-Mihna. Al-Hala tul-A'iliya. Da haben wir es nochmal. Nicht Al-Hala tul-A'iliya, sondern Al-Hala tul-A'iliya. Das ist der Marital Status. Al-Hala heißt die Situation, die Position, der Stand. Al-A'iliya. Familie. Der Familienstand. Ja, da. Achso. Hier. Übersetzt. Der Familienstand. Ganz genau. H-genau übersetzt. Okay. Al-Gin-Se'ye. Al-Gin-Se'ye. Ja. Das Wort ist allerdings nicht ohne. Al-Gin-Se'ye heißt in der Regel natürlich die Nationalität. Ja, aber ich versuche mal hier ein anderes Blatt zu machen, ein neues Dokument. Na, wie viele Seiten wollen wir? Viele, 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 viele Seiten. Mache ich mal kariert. So. Schauen wir uns das an. Al-Gin-Se'ye. Al-Gin-Se'ye kommt von Jins. Jins bedeutet eigentlich, kann viele Bedeutungen haben. Also kann für Species stehen, kann für Sex stehen, männlich, weiblich. Aber kann auch für Sex im Sinne des Sex stehen. Daher, Aflam heißt Filme. Aflam, das ist natürlich kein arabisches Wort, ein arabisiertes Wort. Aflam-Gin-Se'ye sind dann Porno-Filme. Also, ne, erotische Filme. Weil Jins-Se'ye bedeutet ja auch, also in diesem Fall ist das jetzt ein Adjektiv, Aflam-Gin-Se'ye. Aber gemeint ist also Filme, die mit Sex zu tun haben. Ja. Und, aber man kann auch fragen, wie eigentlich in Umgangssprache, Ginsitek-E, Ginsitek-E. Ne, also welche Nationalität hast du? Es kommt also immer darauf an, in welchem Kontext der eine oder der andere Ausdruck verwendet wird. In diesem Fall, glaube ich, natürlich hier, ist hier die Nationalität gemeint. Raqam Al-Jawaz. Raqam heißt Ziffer oder Zahl. Al-Jawaz heißt Passport. Also der Pass. Raqam Al-Jawaz heißt die Passportnummer. Die Passnummer, ne. Tariq, jetzt sage ich auch, Tariq Al-Izdar. Was mache ich falsch? Tariq Al-Izdar. Es heißt Tariq Al-Izdar. Tariq heißt Datum. Al-Izdar heißt die Ausstellung oder die To-Issue. Also Ausstellungsdatum hier steht. Ausstellungsdatum. Ja. Also Tariq ist ja Datum. Okay. Jetzt steht hier Makan. Hatten wir gerade Makan. Wo hier? Makan Al-Milad hier oben. Makan heißt der Geburtsort. Und hier steht Makan Al-Izdar. Jetzt müsstest du eigentlich selbst herausfinden, was das ist. Ich kann ja schlecht jetzt meine Hand links auf die Übersetzung tun. Hier wird ja der Bildschirm gefilmt. Makan heißt der Ort. Al-Izdar heißt die Ausstellung, also Ausstellungsort. Tariq Al-Usul. Wie lässt der Ratzefummel endlich wieder? Ratzefummel spinnt. Da ist er. Tariq Al-Usul. Tariq heißt Datum. Al-Usul heißt die Ankunft. Also Ankunftsdatum. Wir sagen auch nicht Tariq Al-Usul, sondern wir sagen Tariq Al-Usul. So, nächst. Sabab. Sabab Al-Iqama. Wir sagen Sabab Al-Iqama. Sabab Al-Iqama heißt der Aufenthalt. Sabab heißt der Grund. Ja. Sabab Al-Iqama. Der Hebräisch kennt Sababa. Das ist etymologisch verwandt. So. Unwan. Unwan heißt Adresse oder Anschrift. Al-Iqama. Also die Aufenthaltsanschrift. Hier. Iqama, Iqama. Das gleiche Wort. Tariq Al-Muqadara. Das vorletzte Wort hier. Tariq Al-Muqadara. Hier fliegt etwas. Tariq heißt Datum. Al-Muqadara heißt Departure oder Abreise. Tariq Al-Muqadara. Tariq Al-Muqadara. Tariq kennen wir Datum der Abreise. Al-Muqadara heißt eigentlich mehr als Abreise. Heißt weggehen. Ja. So. In diesem Kontext natürlich heißt es Abreisedatum. Al-Tauqiyah. Al-Tauqiyah. Die Unterschrift. Ja. Und jetzt steht hier nur. Lil-Istamal-Rasmi. Es heißt ja Al-Istamal. Was für ein tolles Wort. Ja. Das wollen wir mal auseinander pflücken. Dafür brauche ich einen Schluck Kaffee. So. Wo ist mein Schmierzettel ich gemacht habe? Wir hatten hier im Original steht Al-Istamal. Al-Istamal-Rasmi. Das nehmen wir mal raus. Ja. Jetzt komme ich hier hin. Und das Wort werde ich insofern erklären. Hier steht. Ich schreibe es mal nochmal. Ist der Amal. Ja. Rasmi. Ihr wisst. Meine Schrift ist schrecklich. So ein Strich bedeutet eigentlich zwei Punkte. Das Verb was dahinter steckt. Ist das Verb. Amal. Hier. Amal. Amal. Und all diese Buchstaben. Ich mache es mal in eine andere Farbe. Oder ich mache es mal bunt. All das hier. Ist. Und das Aleph ist dazu geschoben. Ja. So. Amal bedeutet machen. Oder er machte. Um genau zu sein. Er machte. Er machte. Ja. Wenn du jetzt die Wurzel des Wortes nimmst und davor ein Ist tust. Ist. Und dann die Wurzel. Die Wurzel besteht immer aus einem Buchstaben. Ja. Den zweiten Buchstaben. Und dann ein Aleph rein tust. Und dann den dritten Buchstaben. Ja. Also. Dies. Ich mache mal bunt. Dies ist hinzugefügt. Das Ziehen ist hinzugefügt. Das T ist hinzugefügt. Und das Aleph ist hinzugefügt. Aber 1, 2, 3. Wenn ich mal schaue. Hier. Andere Farbe. 1. Das sind die drei Buchstaben. Hier. Mim. Lärm. Die Wurzel. Und aus dieser Wurzel wurde dann. Also aus Hamela. Wurde Istermel. Dieses Wort versteht man immer in Kombination. Nicht immer. Aber jetzt in diesem Fall. Mit dem Wort was danach kommt. Da steht Resmi. Resmi. Resmi bedeutet offiziell. Ja. Das heißt. Machen. Wenn wir jetzt ganz kurz. Im Ahabisch ist es nun mal so. In der Kombination bedeutet es benutzen auch. Istermel bedeutet Benutzung. Benutzung offiziell. Istermel Resmi. Also für die offizielle Benutzung. Das kann man auch mit anderen Verben machen. Wie wichtig ist nur zu wissen, dass dies Ist und Aleph. Das Wort umwandelt in einen Nomen. Und erklärt. Also. Ist das so fast. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das in Deutsch beschreiben kann. Es beschreibt das Wort, was danach nutzt. Für was es so genutzt wird. Also. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Also wir hatten ja gerade Amela. Okay. Faala. Wir nutzen mal das Wort. Faala. Ist der Amel. Genau. Wir nutzen mal das Wort Faala. Faala. Faala ist ein anderes Wort als Amela. Faala heißt tun. Wenn ich jetzt dahin gehe. Ich mache mal hier. Das ist aus Buchstabe 1. Buchstabe 2. Buchstabe 3. Ja. Jetzt schreibe ich hier. Vielleicht mache ich den auch mal ein bisschen dicker. So. Also. Ich schreibe jetzt. Ist. Jetzt muss ich den Buchstaben 1 holen. Den mache ich mal grün. Dann seht ihr das besser. Ja. Diff. Al. Buchstabe 2. Hier. Fa. Unterhin. Buchstabe 1 und 2. Jetzt kommt ein Elf. Der ist reingefügt. Jetzt kommt der Buchstabe 3. Ist. Faal. Hier fehlen allerdings zwei Punkte. Ist. Faal. Faala heißt tun. Ist. Faal. Heißt es zwingen. Getan zu werden. Ja. Wenn ich sage jetzt ist. Faal. Resmi. Das gibt es so eigentlich nicht. Heißt es. Ein offizielles bewirken der Dinge. Ja. Ich kenne diese Kombination so nicht. Wir sagen sie ist nicht lebendig. Also sie wird ja ist nicht gebräuchlich. Aber könnte man so machen. Ja. Wichtig ist eigentlich wenn man so ein Ist. Tiftingsbooms Wort sieht. Dass man sofort erkennt. Oh. Hier ist die Wurzel. Ja. Also. Nach dem Elf kommt die 3. Und vor dem Elf kommt die 2. Und die 1. Dass man die Wurzeln der Worte erkennt. Dann kann man wissen was mit diesem Wort vielleicht gemeint ist. auch wenn man das Wort, was man am ersten, auf dem Anhieb gesehen hat, nicht versteht. So. Hier steht aber Lil ist der Amal. Was ist denn dieses Lil? Das Lil bedeutet, es heißt ja eigentlich, wenn ich es definiere, heißt es El ist der Amal. Die Verwendung, die Nutzung. Ja. Wenn ich sagen will, für die Benutzung, dann fliegt das weg und dann heißt es Lil ist der Amal. So. Ich schreibe mal Klaue hier. Lil. Also Li. Man schreibt ja nicht Li El ist der Amal. Das geht gar nicht. Das wird einfach verschluckt. Also dieses Elf fällt weg hier. Und dann heißt es gleich Lil ist der Amal. Ja. Könnt ihr mit anderen Worten auch versuchen. Zum Beispiel El Ekel. Das Essen. Ja. Wenn ich sagen will, für das Essen, dann sage ich nicht Li El Ekel. Das ist Quatsch. Sondern sage ich hier, dann nehme ich das hier weg und verbinde dies hier. Dann ist es Lil Ekel. Tue ich hier unten auch filmen? Ja. Okay. Haben wir es verstanden? Halbwegs? Ich hoffe. So. Ihr seid ja bei Lektion 13. Da ist es schon etwas fortgeschrittener. Lil ist der Amal. Erresmi. Okay. So. Dann haben wir das. Dann gehen wir mal weiter und schauen, was jetzt kommt. Ach. Die Wurzeln. Ja, da habe ich es auch gerade erklärt. Entschuldigung. Da brauche ich wieder einen Schluck Kaffee. Gut. Was steht hier? Was sehen wir? Wurzeln und Strukturen. Verbal Substantive. Herrgott. Also deutsche Grammatikworte konnte ich noch nie verstehen. Aber ja, ein Substantiv aus dem Verb. Gut. Verbal Substantive, ähnlich im deutschen Essen. Essen, Bedienen, Bedienung. Werden von Verben abgeleitet. Und im Grundstamm werden sie nach verschiedenen Strukturen gebildet. In der Übersicht finden sie die wichtigsten Strukturen mit Beispielen. Dann gehen wir sie mal durch. Allerdings im Arabischen steht, kommt fast jedes Wort sowieso aus dem Verb. Also in jedem Wort steckt irgendwo so eine Wurzel. Es sei denn, es ist ein Fremdwort wie zum Beispiel Al-Aflam. Kommt von Film. Da gibt es natürlich nicht den Verb Verlame. Aber wenn jemand das Wort Al-Aflam sehen würde und nicht wüsste, dass Al-Aflam von dem englischen Film kommt, dann würde er sagen, oh, Al-Aflam, Ver-la-ma. Da würde er sagen, die Wurzel wäre Ver-la-ma. Und dann würde er fragen, was bedeutet denn Ver-la-ma? Was? Er hat Ver-la-ma. Weil die Wurzeln sind ja immer in dritte Person Vergangenheitsform. So, gut. Also merken wir uns Folgendes. Wenn ein Wort original Arabisch ist, hat es immer ein Verb inne. Von dem her, Verbalsubstantive ist ein bisschen eigenartig, denn eigentlich sind alle Substantive im Arabischen mehr oder weniger aus einem Verb gemacht. Oder aus einem Substantiv gemacht, der im Original auch ein Verb war. Also wir können aus einem Verb ein Substantiv machen und dann dieses Substantiv wieder weiter erweitern auf andere Formen von Substantiven. Gut. Wichtig ist für euch zu erkennen, wo der Stamm ist, wo diese drei oder manchmal vier oder es in aller Regel drei Buchstaben sind, dass man die einfach raushört. Denn wenn man sie raushören kann, kann man auch andere Worte ähnlich basteln. Und das ist ja was gemeint ist mit dieser Struktur, die sich immer wiederholt. Gut. Talaba. Talaba ist also die Wurzel. Ja. Er hat verlangt. Er hat bestellt. Er hat, ja, er hat bestellt. Und dann kommt Jatolobu. Das ist also die Präsens. Er bestellt. Eigentlich müssten wir, der Ratzefummel ist heute nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Hallo. Eigentlich müssten wir nur dies hier wissen. Also Vergangenheitsform, dritte Person. Gut, aber um es zu lernen, ist es dann auch nicht schlecht, dritte Person präsens zu können. Talaba. Ja, Talobu. Ja. So. Und die Bestellung oder der Antrag ist dann Talab. Talab. Und hier ist ein Zukunft. Da wird dann nichts. Talab. Ja. Hier ein Beispiel. Render Talab. Hast du einen Wunsch? Sag mal Render Talab. Ja. Oder wenn einer was bestellt hat, dann wird daraus Plural. In der Regel, in allen Umgangssprachen heißt es Talabijat. Also Plural auf Feminine Talabijat, die Bestellungen. Und wenn die nicht ankommen, sagt man Feen, au Aina, wo sind die? Aina al-Talabijat. Man kann aber auch sagen Al-Matalib. Geht auch. Ist dann auch eine Form des Plurals. Also Talabijat oder Al-Matalib. Da gibt es verschiedene Formen. Jedenfalls Talab heißt Bestellung. Ja. Das sieht doch genauso aus wie hier. Nein. Im Verb heißt es Ta. Jetzt los, mach hier. Ta. La. Ba. Aber Bestellung ist Talab. Oder Talabun. Wenn es jetzt vokalisiert wird in der Form eines Satzes. Aber das Verb wird immer Talabah sein. Okay. Das ist natürlich nicht, ja, das ist jetzt so eigentlich nicht ganz richtig für einen, der Arabisch die Worte gelernt hat. Also ich will das erklären. Das heißt eigentlich schieben, ja. Ja, der Fa'u heißt, er schiebt. Na, der Fa'u heißt etwas schieben. Also zum Beispiel, der Fa'u ist so ein islamischer Spruch. Das heißt, der Fa'u heißt die bösen Sachen, der Fa'u, sie fernhalten. Der Fa'u ist der Fa'u ist. Gemeint ist aber auch bezahlen. Da Fa'. Da Fa'. Warum? Weil wenn ich zahle, schiebe ich Geld von hier nach da. Also daher, ich zahle Geld. Ich schiebe etwas rüber. Ja. Gut. Da Fa'. Ja. Und hier steht Fa'al. Na, hier steht es. Na, also die, die... Es wird immer an dem Wort, an dem Verb Fa'ala verglichen. Und hier, was wir hier sehen, das ist typisch Arabisch, wenn immer man ein Wort hört, denkt man, wie ist denn das mit Fa'al? Hatten wir ja vorher gerade, wir hatten davor das Wort istamel, da habe ich gesagt, istifal, Fa'ala, habe ich das Wort Fa'ala genommen und dort gemessen, wie es ist, wenn ich Fa'ala in diese Konstellation tue. Und das Wort, was rauskommt, kennt man dann von Fa'ala und sagt, ah, in diese Richtung geht es, also muss bei dem anderen, bei der anderen Wurzel es auch so und so aussehen. Ja. Hier steht Soma. Soma bedeutet, er hat gefastet. Ja, sum. Er fastet oder enthält sich, um genau zu sagen. Ja, gemeint ist aber auch Fasten. Daher Fasten. Und das Verbalsubstantiv ist dann Siyam. So, im Koran steht, Kutiba alaikumussiyam, Kama Kutiba ala lathina maqablikum. Kutiba alaikum, auf euch ist geschrieben, also auf euch ist auferlegt, Al-Siyam, das Fasten. Kama Kutiba, wie aufgeschrieben ist, auf die, die vor euch gekommen sind. Ja, also wird es auch im Koran verwendet. So, da-ra-sa, da-ra-sa heißt, er hat gelernt. Ja, da-ra-su, er hat erlernt. Hier ist er übersetzt. Di-ra-sa, di-ra-sa heißt das Lernen. Ja, oder das Studium, geht auch. Di-ra-sa bedeutet das Lernen oder das Studieren. Ja, Studium, ich würde sagen das Studieren, um jetzt genau, wenn man es Arabisch genau haben will, heißt es studieren. Ja, ist aber auch ein Verbarsubstantiv. Studium geht auch, weil man nennt in Arabisch das Studium studieren. Das Studieren. Ja, aber das Studium als solches, ja, ist richtig, aber um ganz korrekt wäre, ist das Studieren. Ja, aber das steht nicht hier, also studieren, aber groß geschrieben. Ja, so, ro-ja-a heißt, er kam zurück oder er trat zurück oder er kehrte zurück. Yer-je-u, er kehrt zurück, präsent, zurückkehren. Ro-ju-a heißt die Rückkehr. Hier, Rückkehr, genau. Ro-ju-a, hier, auf Fa-ul. Ja, Ro-ju-a. Okay, auf der Waage, gemessen auf Fa-ul. Ich sage immer Waage, weil in Arabisch sagt man A-la-wa-zen, auf dem Gewicht oder auf dem Reim oder auf den Klang oder auf, ja, ne, A-la-wa-zen. Und daher sage ich immer, auf der Waage ist es so gemacht wie. Ro-ju-a ist wie Fa-ul. Ro-ju-a ist wie Fa-ul. Ro-ju-a ist wie Fa-ul. Ro-ju-a ist auch wie Fa-ul. Korrigiert das mal, das ist hier falsch. Und zumindest hier ist die Wortwahl falsch. Ro-ju-a ist auf Fa-ul. Ro-ju-a ist auf Fa-ul. Und zwar, die Liste ist unendlich. Das sind ja nur Beispiele hier. Die wichtigsten, die wichtigsten Strukturen. Ja, aber es gibt auch viele andere wichtige Strukturen. Und ja, ich denke, da muss man jetzt sich nicht zu tief reinhängen. Wenn du dann viel gelesen hast, Entschuldigung. Wenn du dann viel gelesen hast, entwickelst du irgendwann ein Gefühl, wie die Worte entstanden sind. Das ist völlig, also das ist echt wahnsinnig, aber so ist es. Also, ich lerne ja Hebräisch und das ist auch eine semitische Sprache und irgendwann hört man das raus. Ja, ich will nicht behaupten, dass ich jetzt alles raushöre, um Gottes Willen, aber manchmal merkt ein Mensch, ach, das ist ja, ach, deshalb, deshalb, deshalb ist dieses M vor dem Wort, das ist ja genauso wie bei dem anderen Wort, wo auch ein M davor gekommen ist, wobei die Wurzel dieses M gar nicht hat oder so. Ja, gut. Wir kommen jetzt hier zu unserem Dialog und wie immer lesen wir ihn und schauen mal rein, was da für Worte sind, erklären die und am Ende werde ich sie noch einmal lesen, durchgehend. Und dann versucht ihr mitzulesen. Unsere Protagonisten sind immer noch Thomas. So, und was kann ich das denn so machen, dass er gerade macht? Ja, mal checken. Nö, will nicht. Ah, jetzt macht das gerade. Gut, also gut. Könnt ihr das Grün sehen oder soll ich mal eine andere Farbe nehmen? Nö, ich nehme mal eine blau. Ui, tut mir leid. Mein Handy klingelt, weil ich meine Blutdruck-Tablette jetzt nehmen muss. Gut, die kann aber auch warten. Die ist eh in der Küche. Gut. Allee. Sollte es nicht blau sein. Thomas. Thomas. Was sagt denn Thomas? Lau, samacht. Wenn du bitte so nett bist. Lau, samacht. Lau, samacht wird übersetzt mit Bitte. Es wäre besser, zu übersetzen Silvopley. Wenn sie bitten würden oder wenn sie so nett seien. Also, lau, samacht. Weil lau heißt falls oder wenn du. Ja, lau, samacht. Hall, kennen wir. Ist, das ist so ein Artikel, der eine Frage vorausgeht. Hatha bedeutet dies. Qism, Qism bedeutet Abteilung. Temdid, hatten wir gerade, das Dehnen, das Verlängern. Al-Visa, Verlängern der Visa. Also, Thomas fragt. Lau, samacht. Ist dies die Abteilung der Visa Verlängerung? Temdidul Visa, der Verlängerung für Visa. Ja. Al-Muazzafa. Al-Muazzaf heißt der Offizier oder der Angestellte. Al-Muazzafa, die Angestellte. Sie sagt, naam, ja. Al-Muazzafa, intadr huna, intadr huna. Intadr heißt warte, huna hier. Intadr kommt von Nadara. Nadara bedeutet zu sehen, aber auch zu warten. Denn wer schaut, der wartet. Man sagt, halt ausschau. Warte. Intadr, ja. Intadr huna, hier. Indak, indak, bei dir. Indak, sura, ein Bild. Shachsia, ist bei dir. Ein privates Foto. Gemeint ist, hast du ein privates Foto? Ne? Thomas sagt, naam, ja. Tafadda li, tafadda li, tafadda li, tafadda li, sagst du bitte sehr, wenn du mit einer Frau sprichst. Haben wir im Laufe der vielen Lektionen schon gehabt. Wenn du einer Frau etwas sagst, bitte sehr, oder kommen sie, oder was auch immer, da kommt dieses i am Ende, tafadda li, bitte sehr, komm, oder lassen sie es schmecken, i, dann weißt du, das i am Ende heißt, du sprichst mit einer Frau. Al-Muazzafa, die Angestellte, sie sagt, jajib. Jajib heißt, es soll, ja, jajib. An, das, temlaa, bitte nach an, immer auf a-vokalisieren, hier steht temlaa, es hätte auch temlau sein, aber an temlaa, weil das an da steht, an bringt alles auf a. Jajibu, an temlaa, hadihi, hadihi heißt diese, hada heißt auch dieses, aber hadihi ist, wenn, also ein Demonstrativpronomen auf etwas weibliches, jajibu an temlaa, hadihi, es ist, dass du auswählen musst, diese, ist demarat, ist demarat heißt die, die Formulare, ja, oder ein, wie soll ich das erklären, ich komme mal hier raus, Stift, immer einfach einen neuen Schmierzettel, der ist schon überschmiert. So, es gibt verschiedene Formen von Plurale. Wenn al-istimara, heißt der Antrag oder Formular und ein Plural daraus wird al-istimara-te. Beispiel, ein anderes Beispiel, al-sayara, al-sayara heißt das Auto, man kann auch al-araba sein, al-sayara ist abderiviert von einem anderen Verb, der Verb sara heißt das langsam schreitende, al-sayara. Plural ist al-sayara, herrgott, rat. Bis zum nächsten Mal brauche ich einen neuen Stift. Ja, also auch dies ad, ad, ne. Wenn ich hier ein Demonstrativpronomen davor tue, in Deutsch, ein Beispiel, dieses, was weibliches Mädchen, ja, Mädchen, singulär. Plural ist diese Mädchen, ne. Also im Plural, ne, also das Mädchen, aber Plural ist die, da wird raus diese Mädchen. Im Arabischen aber der Demonstrativpronomen für Plural Feminine ist ein Singulär Feminine. Ja, man sagt jetzt nicht, man sagt, dieses Mädchen, singulär. Ja, ja, man sagt aber, he dihi, al ist de marat, ach, was soll man deutlich schreiben für euch, schrecklich, ist de marat, Herrgott, so, da, ja, achtet darauf, und das geht eigentlich grundsätzlich nur bei Plural von Dingen, ja, und, also nicht von Wesen, nicht von Menschen, ja, so, und da sehen wir es hier, da habe ich es, da, 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 komm her, ich nehme das mal weg, nochmal, al muawwafa, die Angestellte sagt, jajibu, es soll sein, an, das temlaa, das du füllst, he dihi, hier singulär, demonstrativ Pronomen, al ist de marat, Plural, weiblich, ja, diese Papiere, oder diese, diese Formulare, wa, und, ba'da dälik, und danach, ne, tathabu, gehst du, ila, zu, aminu, sunduq, amin, heißt, ja, amin ist sogar ein Name, amin, ne, wir sagen auch im Gebet amin allerdings, das ist auch verwandt mit amin, amin heißt, vertrauenswürdig, er ist vertrauenswürdig, ja, hua amin, ja, ihm kann man also vertrauen, aminu sunduq, der, vertrauenswürdig für, den Kasten, sunduq, gemeint ist, Geldkasten, ja, denn, kurzum, Schatzmeister, oder was auch immer, oder Kasse, denn, das ist der Einige, der, die Verantwortung hat, für diesen Kasten, diese, diese, diese Box, ja, also fürs Geld, ne, und da sagt sie, nachdem du ausgefüllt hast, die, äh, ist dem Rat, jajibu an temel, ahdiel ist dem Rat, du sollst ausfüllen diese Formelare, wa ba'de thalik, und danach gehst du, tadhaabu ila, zu, aminu sunduq, aminu sunduq, eigentlich, ila aminis sunduq, weil hier das ila ist eine Präposition, ila aminis sunduq, zu dem, äh, äh, Schatzmeister, oder, zur Kassu, oder was auch immer, ja, filtabuq, al-tabuq heißt Stockwerk, filtabuq im Stockwerk, al-thani, den zweiten, also im zweiten Stockwerk, tadfa' al-rusum, zahlst du die rusum, rusum heißt die Gebühren, wa tahsulu, und bekommst du, ja, bekommst du, ala al-tawaba, ja, auf die, äh, tauraba, tauraba heißt die, stempel, na, wenn jemand von euch Österreicher ist, wird er verstehen, was die hier machen, äh, in, 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 in der arabischen Welt, arbeitet man sehr, sehr gerne mit stempel, äh, mit, äh, Marken, Entschuldigung, mit Marken, wie Briefmarken, aber halt nicht für einen Brief, sondern für, offizielle Papiere, wenn ich jetzt hier runtergehe, und, 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 äh, beim Einwohnermeldeamt, oder was auch immer, äh, oder, Führerschein, oder weiß der Geier, dann gehst du hier hin und zahlst das Geld in irgendeinem Automat, dann kommt so eine Quittung raus, mit der Quittung gehst du hin und sagst, ich hab hier gezahlt, sagt sie, gut, hier hast dein Ding. Dort, in aller Regel, es gibt natürlich auch Ausnahmen, geht man hin, zu, einem anderen, äh, Büro, und zahlt man dann Marken, und die klebt man dann auf die, auf die Formulare und somit heißt es, die sind bezahlt worden. Da ist dieser Zusammenhang, warum das hier so steht. Also, du, äh, Fani hatten wir, ups, das hatten wir schon, ne? Tadfa, Arsum, zahlst du die Gebühren, wa tahsula ala tawaba, und bekommst du auf die Marken. Was ist denn das für ein Chinesisch? Naja, das Verb, äh, tahsul, ist immer verbunden mit der Proposition auf. Ja, bekommst du auf. Das ist jetzt, äh, kein Deutsch, aber, ne, wäre es jetzt Arabisch, das heißt, bekommst du auf, was? Die Stempel. Übersetzt müssen wir sagen, und du bekommst die Stempel. Ja, aber diese ala, wir müssen verstehen, woher das kommt. Das Saddam ist tun, das tahsul ala, ein Verb ist, zusammen, der immer kombiniert ist mit dem, mit der Präposition ala, die bei uns, über, die in Deutsch bedeutet, auf. Ne, da hat der Name Ali. Ali ist der Erhabene, ja, der, der oben ist, ne, da hat der Name Ali, oder in Hebräisch Eli. Eli wird ja eigentlich auch mit dem Ein geschrieben, Eli, also Hebräisch dem Ein, nicht, nicht mit einem E, sondern mit dem Ein, das ist Äquivalent zum Arabisch Nein. Und der kann als Spitzname von Elias, oder, 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 äh, 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 den hatten wir noch, Elias, äh, Eliakim auch, kann auch zu Eli verkürzt werden, aber, es gibt auch den Priester Eli, und der ist genau in Arabisch Ali, genau das gleiche, genau das gleiche Wort. Warum bin ich jetzt zum Hebräischen gegangen? Ach so, wegen dem Allah. Allah bedeutet dann auf. Ali bedeutet der Erhabene, hat ja auch mit oben zu tun. Ne, Allah, also die Präposition Allah bedeutet auf, in Kombination mit dem Wort Tachsel, ich verstehe, was los ist mit meinem Stift, Tachsel, äh, bedeutet es, bekommst du die Briefmarken. So, ich glaube, ich rede heute zu viel. Thomas, Thomas sagt, Yani, Yani, Bade, dafer, sum, Yani bedeutet, bedeutet, bedeuten, Yani. Und wenn du jemals im Arabischen Sprachraum bist, wird jedes zweite Wort Yani sein. Wann kommst du? Äh, so fünf Yani, so, ja, wahrscheinlich fünf Yani, dann komme ich, und ich bringe mit mir was zu essen, Yani, also die Kartoffeln, Yani, ich werde sie kochen, Yani, echt, das ist, also die, was, was in Deutsch ist, äh, 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 oder, hm, 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 oder also, 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 ist in Arabisch, Yani, 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 ja. Es hat aber eine Bedeutung, und zwar es bedeutet, bedeutet also, ja, Thomas sagt, Yani bedeutet also, Ba'd, nach, daf'urrusum, das Zahlen der Gebühren, yomkinu, ist es möglich, an, das, achsula, denkt an, achsula, nicht achsulu, achsula, achsul heißt, bekomme ich, hier, tahsul, du bekommst, achsul, ich bekomme, ja, ala, auch wieder hier, achsula, ala, weil, bekommen, immer mit ala ist, al tamdid, die Verlängerung, also, nach dem Zahlen der Gebühren, ist es so, möglich, dass ich bekomme, die Verlängerung, da sagt die Mordzafa, die Angestellte sagt, la, nein, qabl, qabl heißt, bevor, al husul, ah, da haben wir es, tachsul, achsul, husul, na, tak, 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 gleiche Wurzel, tachsul, du bekommst, achsul, ich bekomme, al husul, das bekommen, ja, haben wir es gesehen, wie, hier, die, wie hieß es wieder, Verbalsubstantive, hier auch entstehen, la, nein, qabl, al husul, bevor das Erlangen, das Bekommen, ala, auch, hier, ne, hatten wir es zweimal erklärt, al tamdid, die Verlängerung, Verlängerung, jajibu, muss es sein, oder gehört es sich, oder musst du, hier haben wir auch hier gehabt, ja, jajibu, an, das, tadhabu, atadhaba, dass du gehst, ila, zu, wazarat, die, das Ministerium, al khairijia, das Außen, also das, das äußere Ministerium, gemeint ist, das, 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 äh, äh, Ministry of Foreign Affairs, ähm, ähm, das Außenministerium, ja, qasm, die Abteilung, al ajanib, der Ausländer, qasmu al ajanib, na, hier, qasmu al ajanib, gerade vorgesagt, hunaak, dort, jatimu, jatimu heißt, wird vervollständigt, jatimu, ja, gemeint ist, findet statt, ja, hunaak, dort findet statt, tasddiq, die Beglaubigung, al awraq, der Papiere, Punkt, ba'da thalik, nach, nach dem, also ba'da thalik, nach dem, also nach dieser Sache, jajibu, musstu, sollstu, ne, ar jua, nee, soll, man, ar jua, die rück, zurückkehren, ila, zu, huna, muss hier zurückkommen, lel husul, al al khitm, lel husul, um das Bekommen, wieder Allah, mit husul, hatten wir es so oft, al khitm, den Stempel, das erinnert mich an irgendeinen, so einen wahnsinnigen, asterix, so einen Obelix, in irgendeinem Behördenraum, wenn ihr es kennt, wo sie von einem, Behörde zur nächsten gerannt sind, so in etwa, ist jetzt hier die Lage, gut, Thomas, was sagt der Thomas, arun nu, ich glaube, an na ni, an na, nie, an na, das, nie ich, an na ni, das ich, achtaju, brauche, ila, ila heißt zu, aber ila ist gebunden, mit diesem, achtaju, brauche, ila, wir hatten ja hier die Beispiele, tahsul ala, achsul ala, al husul ala, die sind immer verbunden mit der Präposition ala, achtaju ist verbunden mit der Präposition ila, zu, ne, ich brauche, also das ich brauche zu, musaada, musaada, tic, die Hilfe von dir, das ke, musaada, tic, ja, das Wort heißt ja, musaada, serad heißt a, musaada heißt die Hilfe, und wenn ich jetzt das ke, deine dazu tun, dann wird aus dies hier so ein T, musaada, tic, da nennen wir dies Ding, ein gebundenes T, ta marbuta, und wenn es dann mit etwas verbunden wird, wird daraus tatsächlich eine richtige T, musaada, tic, haben wir hier, da, ja, so, ratzefummel, ratzefummel, funktioniere ratzefummel, wenn ich schon dabei bin, da ich ja, der ratzefummel heute nicht immer funktioniert, aber jetzt funktioniert er gerade, mache ich mal das hier oben auch weg, dass wenn wir es wiederholen, das lesen, dass es dann schon weg ist, so, wir waren hier unten, a, dunnu, an nenni achta, juhila musaada, tic, hell, hell, dieses Frage, Partikel, was auch immer, wie im Känig, uiuiuiuiui, wie im Känig, ja, ähm, das nehme ich mal raus, ne, ich wollte das andere, okay, ähm, Mä-ke-ne, Mä-ke-ne heißt, er, er konnte von etwas, ihm gelingt etwas, ne, und so, ta-ma-ke-ne heißt, er, ihm ist es gelungen, etwas zu machen, ta-ma-ke-ne, mind-ra-sa-ti-der-s, ihm ist es gelungen, die Lektion zu studieren, ta-ma-ke-ne, mind-ra-sa-ti-der-s, im Kän, heißt, das möglich machen, ja, B im Kän heißt, mit dem möglich machen, und das Käv am Ende, bedeutet, du, ja, also ich sage, kannst du dies möglich machen, wie im Känig, und da steht jetzt hier, auch zur Fummel, hell, wie im Känig, ist es, in deiner Möglichkeit, in deinem Können, an, zu, dass du, dass, tu sei dir nie, dass du mir hilfst, tu sei dir nie, tu sei dir, heißt, du hilfst, nie mir, an tu sei dir nie, bi, mil, eine Sekunde, bi, mil, il istimarat, die, äh, die Papiere auszufüllen, mil, heißt, äh, füllen, bi, mil, mit dem Ausfüllen, der Papiere, auf, zur Seite 183, al muawofa, ta-yib, ta-yib, heißt, ganz viel, ja, ist verwandt, mit to, ja, kennt ihr dieses to, ne, ähm, to vento, also gut, ne, äh, und ta-yib, bedeutet auch gut, ja, gemeint ist, okay, ja, ne, also gut, ta-yib, uch, falscher Marker, الموظفة طيب was ist der Name? das sagt Thomas Thomas Müller الموظفة تاريخ ومكان الميلاد تاريخ داتم ومكان und der Ort الميلاد der Geburt يعني also bedeutet يعني متى wann و اينا und wo بس du geboren worden ja ولتى wann hast du ein Kind bekommen aber wann bist du geboren worden Thomas sagt في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام 1976 76 gut das ist ja ein riesen Zahl Thomas was sagt Thomas في الخامس مدينة 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 برلين برلين في المنية in deutschland so da sagt الموظفة die Angestellte sagt تاريخ الوسول hatten wir ganz am Anfang تاريخ داتم الوسول die Ankunft تاريخ الوسول يعني also erklärend bedeutend متى wann وصلت wann bist du angekommen إلى البلدي zum Land gemeint ist wo gerade er das Visum verlängern will da sagt Thomas في السادسي am 6. والعشرين am 26. من Oktober von Oktober bis hier ist das alles sehr easy الموظفة die Angestellte sagt سابب الإقام der Grund des Aufenthalts سابب الإقام يعني also erklärend ماذا was تفعل machst du was machst du هنا hier sagt Thomas أقوم أقوم heißt ich stehe auf wie ich stehe auf du bist hier um aufzustehen nein man sagt ja ich bin den Begriff etwas zu tun in Arabisch sagt أقوم bedeutet ich stehe um zu machen also ich ich mache ja gemeint ist ich mache أقوم ب die die Präposition die mit أقوم kommt أقوم ب سيارة zusammen أقوم بسيارة سيارة heißt ein Besuch بسيارة أصدقائي 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 Der Ort des Aufenthalts يعني also أين تقيم Jetzt achte mal hier wenn wir schon von Wurzeln gesprochen haben wiederholt sich eine Wurzel dreimal versuch mal in diesen zwei Sätzen eine Wurzel dreimal zu finden Ich lese einmal vor also jetzt ohne die Sprecher أقوم بسيارة أصدقائي سأكتب سيارة مكان الإقامة يعني أين تقيم Genau أقوم hier ق eigentlich قام und das Verben macht aus أقوم ich stehe auf قام أقوم قام أقوم مكان الإقامة ist dieses Verbalsubstantiv أين تقيم Wo machst du dieses Verb Also ich stehe auf um Freunde zu besuchen also ich bin dabei Freunde zu besuchen Ort des Aufstehens heißt Ort des Aufenthalts أين تقيم Wo hältst du dich auf einmal wo wirst du stehen also wo hältst du dich auf und da sehen wir wie aus einem einer Wurzel jeder lautet قام ألف ميم قام hier dieses Wort entsteht dieses Wort entsteht und dieses Wort entsteht ja die sind alle irgendwie verwandt und doch übersetzt hörte sich nicht gleich so wenn ich mache einen Ausflug bei meinen Freundinnen oder Besuch meiner Freunde Ort des Aufenthalts wo hältst du dich auf okay die sind schon nahe zueinander aber diese hier im Übersetz heißt ich mache aber es bedeutet eigentlich ich stehe auf um ja gut wir machen weiter Thomas sie hat ja gefragt wo wirst du also bleiben wo wirst du sein in Hotel ja 11 lele tausend nacht und eine nacht also 1000 nacht und nacht gemeint ist 1000 und nacht also im hotel 1000 und nacht ja wir sagen deutsch in dem hotel 1000 und eine nacht aber man kann auch sagen in hotel sherton man kann so sagen in 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 hotel also wir müssen ja in deutsch sagen in dem hotel aber man kann es ja auch anstatt den artikel in dem zu nutzen sagen wir in hotel bella beach ja der name des hotels hat ihn schon bestimmt so in hotel 1001 nacht fie in schära straße der polizei so heißt die straße die angestellte du sprichst weil das ist objektiv objekt also auf a vokalisiert du sprichst das arabisch gut anta tatakallamul arabiyata jajedan aina wo taallamtaha wo hastu sie gelernt taallamtaha ha dies ha hier heißt es sie wo hastu gelernt sie sie bezieht sich auf die arabische sprache anta tatakallamul arabiyata jajedan aina taallamt sie aina taallamt taha ja wird antworten mal sehen nein er wird nicht antworten hier endet also der dialog und jetzt machen wir was wir immer machen ja ratzefummel funktioniert hurray fummel fummel irgendjemand hat mir geschrieben dass er das wort ratzefummel ewigkeit nicht gehört hat sondern radier gummi naja wir haben ratzefummel gesagt hier auch so da habe ich es so ihr wisst wie es läuft ich mache jetzt mal eine andere Farbe ich lese dann immer vor ich lese dann immer vor und dann liest ihr nach und dafür mache ich hier noch hier eine knallrote dicke Linie so mal sehen wie wir das hinkriegen auch man das dauert doch alles jetzt so lange du sollst aufhören du sollst kommen so also gut ich fange an und ihr liest dann nach ich lese es immer zweimal einmal langsam und deutlich versuch gut zuzuhören und dann liest ihr mit du sollst هل هذا قسم تمديد الفيزا الموظفة نعم انتظر هنا عندك صورة شخصية الموظفة نعم انتظر هنا عندك صورة شخصية تماس نعم تفضلي تماس نعم تفضلي الموظفة يجب ان تملأ هذه الاستمارات وبعد ذلك تذهب الى امين الصندوق في الطابق الثاني تدفع الرسوم وتحصل على الطوابع الموظفة يجب ان تملأ هذه الاستمارات وبعد ذلك تذهب الى امين الصندوق في الطابق الثاني تدفع الرسوم وتحصل على الطوابع تماس يعني بعد دفع الرسوم يمكن ان احصل على التمديد الموظفة لا قبل الحصول على التمديد يجب ان تذهب الى وزارة الخارجية قسم الاجانب هناك يتم تصديق الاوراق بعد ذلك يجب الرجوع الى هنا للحصول على الختم الموظفة لا قبل الحصول على التمديد يجب ان تذهب الى وزارة الخارجية قسم الاجانب هناك يتم تصديق الاوراق بعد ذلك يجب الرجوع الى هنا للحصول على الختم تماس اوبس فيله هلو اوكي تماس اظن انني احتاج الى مساعدتك هل بامكانك ان تساعديني بملء الاستمارات تماس اظن انني احتاج الى مساعدتك هل بامكانك ان تساعديني بملء الاستمارات الموظفة طيب اعطني جوازك ما الاسم الموظفة طيب اعطني جوازك ما الاسم تماس 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 مولر تماس تماس مولر الموظفة تاريخ ومكان الميلاد يعني متى واين ولدت الموظفة الموظفة تاريخ ومكان الميلاد يعني متى واين ولدت تماس في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام الف وتسعمائة وستة وسبعين في مدينة برلين في ألمانيا تماس في الخامس عشر من شهر نوفمبر عام الف وتسعمائة وستة وسبعين في مدينة برلين في ألمانيا الموظفة تاريخ الوصول يعني متى وصلت إلى البلد الموظفة تاريخ الوصول يعني متى وصلت إلى البلد تماس في السادس والعشرين من أكتوبر الموظفة سبب الإقامة يعني ماذا تفعل هنا الموظفة سبب الإقامة يعني ماذا تفعل هنا Tumas, أقوم بزيارة أصدقائي Tumas, أقوم بزيارة أصدقائي الموظفة, سأكتب سياحة مكان الإقامة يعني أين تقيم الموظفة, سأكتب سياحة مكان الإقامة يعني أين تقيم Tumas, في فندق ألف ليلة وليلة في شارع الشرطة Tumas, في فندق ألف ليلة وليلة في شارع الشرطة الموظفة, أنت تتكلم العربية جيدا أين تعلمتها الموظفة, أنت تتكلم العربية جيدا أين تعلمتها أين تتكلم بزيارة أصدقائي أين تتكلم بزيارة أصدقائي أين تتكلم بزيارة أصدقائي ومنون يثنون ليلة وليلة für den nächsten Film behalten. Übt schön und ich verspreche, den kommenden Film diese Tage zu machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.